Hey Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Frisurenfreitag und ihr wisst, was das heißt. Ich bin heute bei meiner Freundin Lisa und diese Frisur mache ich jetzt nicht bei mir, sondern bei ihr. Ich habe mich für einen Fischgrätenzopf in der französischen Variante entschieden. Das heißt, dass man immer wieder neue Strähnen dazu nimmt. Eine wunderschöne Frisur für den Frühling, für den Sommer und falls ihr Interesse daran habt, kommt im Anschluss das Tutorial. Also ich werde jetzt erstmal die Haare in zwei Teile unterteilen. Ihr könnt dafür jeden Scheitel benutzen, der euch lieb ist. Entweder Seitenscheitel, Mittelscheitel, wie auch immer ihr euch wohl fühlt. Und dann werde ich einmal mit der ersten Seite beginnen und euch zeigen, wie ich die Flechtung mache. Also die eine Seite lege ich jetzt einfach hier so weg. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Und dann fange ich direkt an, hier oben mit der Flechtung. Wenn ihr nicht wisst, wie ein Fischgrätenzopf sich flechten lässt, dann schaut mal in der Infobox vorbei. Da verlinke ich euch mein Basic-Video. Das Prinzip ist, dass ich mir erstmal von hier oben... Ich fange direkt in der Mitte an. Ihr könnt auch vorne anfangen oder auch so, wie ich das mache. So. Ich teile das also jetzt in zwei Strähnen auf. Und dann beginne ich von außen, eine kleine Strähne wegzunehmen und sie zu der anderen großen rüberzulegen. Das mache ich dann hier genauso. Ich nehme eine kleine Strähne weg. Und dann lege ich sie zu der großen rüber. Wenn ich jetzt wieder an der Reihe wäre, hier eine kleine Strähne abzunehmen, nehme ich mir von den daneben liegenden Haaren ein bisschen dazu. So. Und lege sie zu der großen Strähne rüber. Noch einmal. Ich nehme hier ein bisschen Haare und ein bisschen von der Hauptsträhne. Und lege sie dann zu der jeweils größeren Strähne dazu. Und das macht ihr jetzt einfach so lang, bis ihr quasi keine Haare mehr an der Seite habt. Ihr könnt auch euren Zopf dadurch, je nachdem, wo ihr die Strähnen abnehmt, könnt ihr eure Flechtrichtung bestimmen. Das heißt, entweder ihr flechtet so gerade runter oder ihr flechtet zur Seite weg. Da ich ja den gesamten Kopf in zwei Teile unterteilt habe, werde ich von hier vorne nach hier weiter hinten immer schräger werden. Und das hat dann meiner Meinung nach einen etwas hübscheren Effekt, als wenn man das einfach hier so runter flechtet. So. Ich nehme mir also hier eine kleine Strähne weg, nehme eine Strähne vom Hauptstrang und lege sie zu dem anderen drüber. An dieser Stelle könnt ihr auch, falls ihr das Ganze ein bisschen lockerer haben möchtet, könnt ihr schon einzelne kleine Strähnen dann raushängen lassen und sie nicht mitverflechten. Also dadurch wirkt das alles noch ein bisschen freier und lockerer und wirkt eben nicht so streng. Wenn ihr am Ende angekommen seid, lasst ihr das einfach wie einen ganz gewöhnlichen französischen Zopf auslaufen. Das heißt, ihr nehmt dann jeweils von außen immer kleine Strähnen und packt sie zur großen Strähne, ohne irgendwelche Haare dazu zu nehmen. Ist ja klar, es sind ja keine mehr da. Und dann flechtet ihr mit dieser normalen Fischgräsentechnik den Zopf runter. Also wenn ihr mit der einen Seite fertig seid, sprich wenn ihr hier jetzt alles geflochten habt, könnt ihr euch noch einzelne Strähnen rausziehen, damit es ein bisschen lockerer aussieht, damit es ein bisschen verspielter aussieht. Hier am Ende habe ich wieder meine Lieblingshaargummis verwendet und das Ganze fixiert. Und genau das gleiche mache ich jetzt einfach nochmal auf der anderen Seite. Also was ich sehr, sehr gerne mache, ist jetzt einzelne Strähnen aus der Flechtung rauszuziehen, damit ihr diesen abstehenden Effekt habt. Und ich zeige euch einmal, wie das geht. Ihr nehmt euch dann sozusagen immer hier die einzelnen Strähnen und zieht ein bisschen dran rum. Oder von beiden Seiten. Und dann verstärkt sich die Wirkung. Es sieht dann nämlich so aus, als würde sich die Flechtung sozusagen nach innen runterziehen, falls ihr versteht, was ich meine. Also in der Mitte ist es dann eben näher am Kopf und an den Seiten ist es voluminöser und geht ein bisschen auf. Und das mache ich jetzt am gesamten Kopf. Ich mag das auch gerne in den Enden, noch ein paar Haare aus den Seiten hier rauszuziehen, damit die Flechtung insgesamt breiter wird, damit es aussieht, als hättet ihr sehr viel mehr Haar zur Verfügung. Und das Ganze noch ein bisschen dicker aussieht. Und genau, wenn ich das einmal am ganzen Kopf gemacht habe, dann fange ich auch schon an, die einzelnen Enden hier wegzustecken. Also ich werde jetzt die entstandenen Zöpfe versuchen am Hinterkopf zu fixieren, sodass sie eben hier nicht wie bei Pippi Langstrumpf rumhängen, sondern schön eng am Kopf sind und dass man die Flechtung hier noch einmal sehr schön sehen kann, indem sie hier angebracht wird. Dafür benutze ich ganz normale Haarspangen und fixiere sie so ähnlich wie bei meiner Taylor Swift Frisur, kann ich euch auch unten verlinken. Das ist im Prinzip die gleiche Technik. Ich gehe hier einmal ran und befestige das am Hinterkopf. Das ist im Prinzip die gleiche Technik. Also ihr Lieben, und das ist die fertige Frisur. Ich finde sie ist sehr einfach zu variieren mit entweder einem Haarband, einer Blume oder mit kleinen Blumen, die ihr dann jeweils an der Flechtung noch ein bisschen mit einbringt und da platziert. Hat es dir gefallen? Ja, sehr gut. Alles andere wäre auch nicht erlaubt. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen und falls ihr Interesse an einem kleinen Frisuren-Makeover habt, dann bewerbt euch auf jeden Fall bei mir auf Facebook oder hier auf YouTube und schickt mir eine kleine Beschreibung über euch, vielleicht ein Bild. Das würde mich freuen, euer Haar vorher gesehen zu haben und vielleicht bin ich demnächst auch bei euch und mache euch eine Frisur. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Lisa und wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe. Ciao!